Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arcanite. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Und wir sind immer noch im Checkpoint, den Rockstar sehr heldenhaft erobert hat. Ja, ich brauchte ein bisschen Wiedereinführung, weil gerade eben Witcher und alles... Gerade eben Witcher. Ja, so gerade eben vor ein paar Stunden Witcher. Schwierig. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber was sollen wir machen, ne? Wir sollten auch mal wieder ausrüsten. Ja, doch. Hört sich vernünftig an. So, was haben wir denn hier noch hübsches an Stuff? Was ist das denn hier? Munitionssabotage. Oh, das hört sich toll an. Aha. Was ist das? Sabotage von Wachgeschützen. Aha. Was ist das? Annäherungsmine. Explosivgel. Ne, das ist... Also hier raus will ich erstmal nichts mehr. Äh, das hört sich doch geil an. Batcloth-Schuss entwaffnen. Das nehmen wir doch direkt mal. Äh, gezielter Batarang. Mhm. Ne, das nehmen wir nicht. Kampf. Kampf ist bestimmt jede Menge geiler Scheiß drin. Was ist das für Scheiß? Äh, der Schaden aller Angriffe wird bei voller Spezialkombo-Anzeige erhöht. Das nehmen wir doch mal. Das nehmen wir, das passt schon. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir auch das hier. Fertig. So. Haben wir das ausgegeben? Weiter geht's. Äh. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Ja, ja, ist gut. Wenn Sie den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten, geben Sie keinen Pardon. Immer mit euren Einbahnstraßen hier. Leute, seid doch mal kreativ. Upsa. Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Ach, das war der scheiße Checkpoint. Ja, mal gucken, ob sich Saul wohl besser anstellt als ich. Ich denke mal schon, aber... Entweder ist es heute ein bisschen was komisches mit Batman los, oder wir sind einfach nur dumm. Ach, scheiße. Entschuldige mich mal eben. Entschuldige mich eben, ich muss den Ding mal eben kurz ausschalten, dann abkommen wir zu dir. Der sah sehr schmerzhaft aus. Ich fühle mit dir mein Freund. So. Ja. Das war nur... Dieser Checkpoint? Nein. Der Checkpoint ist... Ach so, er ist weiter da drüben. Ja, er ist weiter da drin. Das ist so ein bisschen schwierig gerade. So, mach mal auf hier. Okay, irgendwas habe ich aufgemacht. Was habe ich denn aufgemacht? Habe ich an der Seite was aufgemacht vielleicht? Oder da oben? Nee. Ah, da, da hast du was aufgemacht. Hm. Schwierig. Wir sind eh unbewaffnet. Ach, scheiße. Ich dachte, den könnte ich nochmal schlagen. Der hätte ich eine Folge gekriegt und dann hätte ich einen schönen ausschalten können. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nee, nicht wirklich. Das war jetzt ein bisschen zu einfach. Ja, keine Sorge. Ich habe ja noch mehr. Sei froh, dass diese Männer nicht von mir ausgebildet... Ja, ja, wenn die Männer von dir ausgebildet worden wären, dann dicke Eier und so. Die Milizkräfte haben sich an den botanischen Gärten eingerichtet. Das war ein Fehler. Ich fürchte, die sind der andere Meinung. Sir, den Scans zufolge sind sie schwer bewaffnet und mit mehreren Wachgeschützen ausgerüstet. Oh, ja. Mehrere Wachgeschütze, das passt schon. Oh, verdammt. Ich wollte ganz anders fahren. Ich sehe es krass. Das ist gerade schwierig. Das GPS lässt mich wirklich im Stich... Entschuldigung. Verzeihung. Rechnung bitte an Batman schicken. Läuft schon. Wuhu. Oh, hier ist nur einer. Sehr schön. Einmal Ladepause. Sehr schön. Oh, Verzeihung. Das tat mir aber leid. Jetzt fahre ich zurück. Nochmal Ladepause. Alter, was ist das für hirnloser Mindfuck, den ihr hier treibt? Ja, hier Stadtrundfahrt mit Batman und so. Ja, jetzt haben wir wieder... Oh, warte. Hallo. Was bist du denn für ein Hübscher? Nehmen wir dich auch gleich mit. Warum nicht? Oh. Keine Bewaffneten. Ist das denn? Nichtfass. Okay, was... Sch. Entschuldige mich kurz. Entschuldige mich kurz. Ficken. Was ist da gerade passiert? Äh, keine Ahnung. I don't know. Entschuldige mich kurz. Entschuldige mich kurz. Oh, Verzeihung. Das... Das tut mir leid. Oder auch nicht. Das ist schwierig. Jetzt Dresch auf den drauf. Kann ich nicht. Ich wurde angegriffen. Hier, halt das bitte. Ach, fickt euch, ihr Pisser. Ja, das meine ich. Mit den Elektro-Buben... Also, die sind ein bisschen behindert... ...zu machen. Deswegen, also, das... Das hat mich gerade eben auch ein bisschen gereizt... ...genervt, wie man es auch nimmt. Wir beide müssen mal reden. So, tschüss. Das ist schön, dass du mich fertig machst. Ich hatte schon Angst, ich muss mich selber fertig machen. So, du bleibst mal eben liegen und mit dir gehen wir... Oh, Verzeihung. Das... Das Ziel wehrt sich. Das... Das kommt unerwartet. Das kommt unerwartet. Eigentlich dürften sie sich gar nicht wehren, ne? Das ist richtig. Eigentlich müssten sie nur durch die Präsenz von Batman eigentlich wahrnehmen. Okay, wir kapitulieren, aber nein. Die lernt es ja nie draus. Batman, du machst gerade sehr komische Scheiße hier gerade. Ist dir klar, ne? Nein, du machst komischen Scheiße mit Batman. Er soll ja eigentlich... Ja, das macht er nur manchmal nicht. Das war ja auch mein Problem gerade eben. Machen wir es mal zu. Ach, fick dich, du blöde Sau. Oh, hier. Macht ihn jetzt fertig und dann ist gut. Diese Leute in ihren Crisis-Anzügen. So, dann haben wir das auch schon mal. Super. Habe ich mich so vertan? Na, wo ist er denn? Da ist er. Ganz allein liegt er hier. Stufenanstieg. Der obligatorische Stufenanstieg. So, einer haben wir noch. Alles klar? Also zumindest hier auf der Insel. Oh, mit den Checkpoints sind wir bald fertig. Ja. Ja. Das stimmt. Ausgezeichnet. So. Ja, wir haben noch drei. Das passt. Ja. Die Milizkräfte haben sich an den botanischen Gärten eingerichtet. Ja, das hat man eigentlich ja schon, aber irgendwie... Irgendwie kam was dazwischen. Irgendwie ist da was dazwischengekommen. Ach, das war der Scheiß. Ich erinnere mich. So, wir machen natürlich wieder schicke Spieche mit Batmans Spielzeug. Ausgezeichnet. Habe ich gern gemacht. So, wo kommt man denn da rein? Hallo? Hallo? Ich bin's. Dein Gewissen. Wir sind Soldaten. Wir befolgen Befehle. Egal von wem. Das ist grad sehr schwierig. Hier lang vielleicht? Ich hab grad keine Ahnung. Ich find mich hier drin immer unglaublich schlecht zurecht. Ja, du hast ja auch so einen... Orientierungssinn wie eine Maus. Ich weiß. Wie Goldfisch. Alter, wo bin ich hier? Du bist jetzt auf der obersten Ebene. Ja, ich weiß. Oh, ist das schwierig. Okay, das bringt nichts. Sehr schön. Batman verhält sich seltsam. Habe ich jedenfalls gehört. Ja dann, wenn du was gehört hast, dann ist bestimmt was dran. Ah, siehste? Siehste? Ah, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ähm, schwierig. Ah, okay. Nehmen wir das Ding. Kaboom. Ach, da ist der zweite. Sehr schön. Das Ding noch einen mit einer Waffe. Nee. Wie, nee? Na komm, du wolltest doch gerade Angst ausschalten machen. Ich hab's gesehen. Ah, siehste, da war's doch. Ganz komisch. Ja, in der Tat. Komm mal her. Die Geschütze erledigen den Rest für uns. Ja. Ist ja nice sowas. Hi. Was läuft, mein Freund? Wo wir auch hier sind, könnten wir doch eben das Rätsel machen, oder nicht? Ja, theoretisch schon, aber wie gesagt, ich bin mir uneins. Dann weiter. Nein, weil, ähm... Dann geh weiter. Ja, nee, weil, äh, ich zeige dir. Oh, guck mal hier, Joker schon wieder auf der Reklame-Tafel. Ich könnte natürlich mal probieren, einfach das ganze Ding zu scannen. Objekt zu klein. Nein, kein Objekt geordnet. Okay. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt geh doch da hin, Bettner. So, wir probieren das jetzt einmal. Ich möchte das wenigstens einmal probieren. Eine Heilung der Natur für Scarecrow's Wüten. Die Retterin ist fort, hinterließ nichts als Blüten. So. Das könnte das hier sein. Nein, ist es nicht. Okay. Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Nein, nein, das ist ja... Ich bin jetzt ja genau da. Ja, noch nicht genau. Das ist ja, wo Poison Ivy gestorben ist. Ja, genau. Und hier müsste doch irgendwas auffälliger sein. Ja, ich hab ja eigentlich gedacht, hier die Pflanze und so, aber irgendwie... Was ist damit? Kein Objekt. Kein Objekt. Kein Objekt, oder? Kein Objekt. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Oder gehen wir hier hin. Vielleicht war das ja doch hier. Das war, glaube ich, hier. Ja, das könnte auch hier gewesen sein. Ah, okay, das hier könnte es gewesen sein. Ja. Hier, guck mal hier, die Pflanze. Könnte das die gewesen sein? Ja. Und ich gebe dir gleich Objekt außer sich weiter. Objekt verdeckt? Das kann auch nicht sein. Ich werde mich auf keinen Fall... Hey, doof oder was? Ich arbeite gerne für Two-Face. Hast du lange Weile? Ah. Da gibt's ein Problem, Riddler. So, was Flugschiff angeht. Haben wir voll. Und was hier das angeht auch. Also Miyagami Island sind wir fertig mit. Wir brauchen noch von Bleak Island ein bisschen was. Miyagami Island ist fertig. Founders Island haben auch noch nicht alles. Luftschiff hat sich erledigt. Sehr gut. Ein paar Nessa Studios. Da fehlten uns ja auch nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Und Basis des Arcamite. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Ein wenig. Da müssen wir nochmal hin. So. Wo wollte ich jetzt hin? Die nächsten, letzten beiden. Ja, die nächsten, letzten beiden. Oh, das nächste ist auch. Die Checkpoints der Meleaf sind über die ganze Stadt verteilt. Oh, das ist jetzt geil. Ja, ja, das, äh, die nächsten müssen wir finden. Ja, ab zu Bleak Island würde ich sagen, ne? Ja, zuerst machen wir aber die Drohne da mal im Platz. Hi Drohne. Was läuft Drohne? Das war schwierig, aber egal. In der Tat. Bader mächtig, bumm. Jetzt, jetzt macht doch Bader bumm. Cash, ich habe die Flugdrohnen der Miliz auf Miyagami Island ausgeschaltet. Die Hubschrauber haben wieder freie Flugbahnen. Also, das finde ich jetzt gerade übertrieben, weil eigentlich sind noch drei da. Eigentlich. Die machen wir auch mal eben schnell weg, damit der Luftraum wieder frei ist. Wenn wir sie finden. Die zu finden ist kein Problem. Die leuchten ja wie Weihnachtsbaum, siehst du? Na klar. Oh, die Wiki-Wähl-Show. Hi. Was übrigens auch ein Rätsel war, ne? Diese Reklame. Ja. Hi, was läuft? Alles gut? Okay. Wer kontrolliert jetzt die Miliz, wenn der Dreck ist? Ich, ich, ich kontrolliere die Miliz. Ich habe sie immer kontrolliert. Ich wollte einfach Gegner haben und ich dachte mir, das Beste wäre, wenn ein ehemaliger Schüler von mir die ausbildet. Bei Challenge und so. Das, das hört sich doch vernünftig an. Ja, natürlich. Oh, dieser Vollmond, ne? Einzige, was schade ist natürlich, dass da ewig dieses Zwischenladen ist. Also, der hätte ich es besser gefunden, wenn sie es wie bei Witcher-Guiden hätten. Sprich, die Stadt einfach in drei Teile gemacht hätten. So eine Ladepause dazwischen und dafür dann aber durchgehen. Ja. Hätte ich persönlich besser gefunden, einfach des Spielflusses wegen. Man sieht das ja jetzt eben, wo wir mit dem Batmobile unterwegs waren oder wo du mit dem Batmobile unterwegs war. Weil da war ja zweimal Zwischenladen drin. Oder wo ich gerade unterwegs war, wie auch immer. Da sieht man auf jeden Fall das Zwischenladen drin. Verfluchte Panikattacken. Verfluchtes Außengas. Damit habe ich kaum was abgekriegt. Drohne getroffen. Vielleicht bist du auch einfach nur ein Schisser, mein Freund. Kann auch gut möglich sein. Ist jetzt natürlich nur so ein Gedanke. Oh, Batman. Ist gerade schwierig mit dir. Oh, das könnte klappen. Ja, das klappt. Das war jetzt mal. Das war jetzt mal, Johan, ob das wieder hinzugehen. Hallo? Nix, nix darf. Dann halt. So. So, Miagami Island. Alles klar. Wir setzen uns mal eben einen Checkpoints nach Blick Island. Da haben wir auch nur noch eine Drohne. Ja. Eine Drohne und einen Außenposten. Reichen, Panzer, Massen, Evakuierung. Ich liebe Gothenbeinacht. Ja, Gothenbeinacht. Ganz besonderer Anblick. Ja, klar. Sollte jeder mal in Früh, Sommer, Herbst hin. Früh, Sommer, Herbst. Das ist meine neue Jahreszeit. Ja, das ist die Jahreszeit, die bei uns im Dorf andauern muss. Ja, die haben dann auf seine Steinplatte gefesselt und... Ja, Dorf kannst du nicht sagen. Oh! Beziehungsweise doch zu groß geraten ist Dorf. Du kannst in der nächsten Folge was Tolles machen. Ja, was denn? Äh, die letzte Nebenmission, dieses Was noch fehlte, das ist frei. Das ist jetzt frei, oder was? Ja, ja, die haben sich gerade darüber unterhalten. Da musst du zur Lady of Gotham. Okay. Oh Gott, ich hasse sowas. Dieses Rumsuchen hier, ne? Oh, warte, da habe ich was gesehen. Was tolles. Ein grüner? Vielleicht. Ne, doch nicht. Hi, tschüss. Da hinten war ein grüner, links, links, links. Ah, da, okay. Den nehmen wir natürlich mit. Ich wieder mit meinen Adler-Ougen. Hi. Hau ab. Komm mal her. Schalt den nicht so aus. Ups. Was ist hier gerade passiert? Du hast den grünen ausgestaltet. Ach, scheiße. Hm. Passiert. Ich habe gerade eben noch gesagt, schalt den nicht so aus. Egal. Das da vorne sieht sehr makaber aus. Das ist Hauptfest. Ach so, das ist Hauptfest. Okay, nee, dann lassen wir das. Oh, hier war ja dein Lieblings-Checkpoint. Moment. Schwierig. Oh, ein grüner. Hi, Leute. Was läuft? Du kommst mal her. Na, wer will? Möchte jemand jetzt unbedingt hier so? Okay. Oh, Joker. Hi. Was läuft? Nein, nein, nein. Nicht Kolosrennen. Kein Spezialkombo, bitte. Äh, ist noch? Ach so, der. Ach, toll. Ja, komm mir her, Buben. Ja, es ist immer so halt, ne? Ach, verhör den doch jetzt endlich mal. Wieso steht der wieder auf? Jetzt kannst du ihn verhören. Wir müssen mal reden. Gott, ist der dreckig. Was ist denn da passiert? Bergarbeiter. Sonst brech ich dir den Schädel auf und hole mir so meine Antworten. Ich rede. Sehr gut. Weine Entscheidung. Arrestzellen? Wir haben noch was in den Arrestzellen. Moment. Eine, eine Truff. Ne, das ist Arkham Knight. Äh, Pinky Weisenhaus. Wo haben wir es denn jetzt? Hallo? Wo ist mein GCPD? Da ist mein GCPD. Ach, du Scheiße. Das Geschäft läuft gut. Wenn Batman sterben müsste, eine Söldnerakte steht ganz oben auf der Liste. Aha. Okay. Die Akte von Death Frog? Ja, genau. Da sagst du was. Stimmt, da müssten wir ja auch noch was scannen. Hab ich ganz vergessen. Egal, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Ja. Aber such noch ein bisschen weiter kurz. Ah, warte, warte. Ich hab sie. Ich hab den Punkt. Ich hab ihn. Ich seh ihn schon. Da ist er. Da ist er. Da geht auch ganz fix. Da überziehen wir jetzt für ihn. Wenn du das sagst, Sock, dann müssen wir das wohl glauben. Juhu. So. Unterbrechung. Ja. Du musst hier unterbrechen. Diese. Also hacken. Ja. Musst auf die. So, und das wieder auf Dings. Einmal wieder weg. Den wieder los machen. Hi. Könntest du dich bitte ein bisschen beeilen? Du bist ein Affe, bist du. Dieser dämliche Schlumpf, ne? Ja, jetzt bist du wieder in der... Oder auch nicht. Die bewegt sich nicht. Okay, das ging wirklich fix. So, Checkpoint fertig. Außer gezeichnet. Nein, jetzt geh doch da runter und mach den Einen weg. Furchtbar. So, damit haben wir nur noch ein Checkpoint. Danach haben wir die Checkpoints. Werk. Genau, Batman. Säubere die Straßen. Wir brauchen... Habe ich vor. Äh, fünf haben wir schon wieder. Leck mich. Lecko mio popo blanco. So. Bleak Island ist sauber. Das heißt, du darfst jetzt noch einmal nach Founders Island. Nice. Und, äh, da den letzten suchen. Und, äh, wie gesagt, hier, äh, auf dem Ding erwartet dich auch noch einen Nebenquist. Okay. Aber ich glaube, dafür musst du erstens GCPD. Das könnte sein. Aber flieg einfach mal so hin. Ja, ja. Ist ja alles auf dem Weg. Okay, dann sagen wir an dieser Stelle zu euch, äh, see you guys. Und, äh, schaltet wieder ein, wenn's weitergeht mit Let's Play Batman Arkham Knight. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da. Und, äh, wenn euch das Video gefallen hat, teilen Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.